Servus Gressach und Hallo, herzlich willkommen in unserer antialkoholischen Rezepteküche bei etza.online. Heute mit einem Ananas Maracuja Smoothie. Ihr benötigt folgende Zutaten. Eine Ananasscheibe ohne Schale und ohne Mittelstück. Saft von einer Maracuja ohne Kerne. Und zu guter Letzt 4-5 Eiswürfel. Kommen wir zur Zubereitung. Gebe die Zutaten mit 4-5 Eiswürfeln in einen Mixer und püriere sie auf höchster Stufe ca. 10-15 Minuten glatt. Dann den Mixer öffnen und den Smoothie in ein Longdrinkglas geben. Fertig! Für Anregungen und Fragen stehen wir euch gerne unter idee.etza.online zur Verfügung. Wünschen euch nun viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit. Euer etza.online Team Wie ist mir noch bei der Zubereitung? from